Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bin's Kati und ihr seht, hier ist heute die Emma Vogel. Vielleicht kennt ihr unsere Playmobil-Geschichten bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Und wer das Ganze verfolgt, der weiß, Emma ist ein bisschen neidisch auf ihre älteren Geschwister, auf Hannah und auf Julian, weil die so schöne große Betten haben und sie hat immer noch ein Babybett, fühlt sich aber eigentlich mittlerweile schon wie ein richtig großes Kind, wie eine Erwachsene. Und deswegen möchte ich heute für Emma ein etwas größeres Bett basteln. Dafür benutze ich so eine Klopapierrolle und ich habe hier so ein Platzset, so das, was man auf dem Tisch so unter den Teller legen kann. Da werde ich auf jeden Fall auch ein Stückchen von abschneiden. Die kann man auch immer recht günstig so kaufen für Stück 1 Euro. Also die eignen sich eigentlich ganz gut zum Basteln. Ich habe daraus ja auch schon mal eine Hängematte für Barbie gebastelt. Das werde ich auf jeden Fall heute benutzen für das Bett. Und außerdem braucht ihr richtig guten Klebstoff. Ich werde heute wieder Heißklebe benutzen, weil ich damit einfach am besten klarkomme, das trocknet schnell. Aber entweder Heißklebe mit den Eltern zusammen oder sonst einfach ganz normale Bastelklebe. Und los geht's mit der Klopapierrolle. Die falte ich Emma so übereinander. Hier am Knick einmal richtig gut zusammendrücken. Und hier auch. Jetzt das Ganze wieder ein bisschen auseinanderfalten. Und nochmal so zusammenknicken. Also einfach ungefähr so 1 cm entfernt von dem vorherigen Knick. Und hier natürlich auch. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier ist ein Knick. Hier, hier und hier. Jetzt kann ich das wieder so auseinanderfalten. Und das Ganze hat jetzt so eine Kastenform wie ein Bett. Noch ein bisschen zurecht drücken. Jetzt schneide ich hier mit einer scharfen Schere oder vielleicht könnt ihr da auch eine Zange nehmen, je nachdem ob ihr sowas habt. Hier einmal entlang ungefähr so 2 cm breit. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr auf jeden Fall hier so eine Naht habt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier dran entlang schneidet, dann sind das ja ganz viele einzelne Holzstäbe. Man muss auf jeden Fall so ein Band dazwischen haben, damit die Holzstäbe noch zusammengehalten werden. Und am besten malt man sich das Ganze einmal vorher mit dem Lineal auf, damit man nicht schief schneidet. Ich habe mir den Bleistiftstrich aufgemalt und ich habe auch schon angefangen zu schneiden. Aber obwohl das Band da in der Mitte ist, sind da ganz viele kleine einzelne Holzstückchen rausgekommen. Das ist also schon mal nicht so eine gute Idee. Deswegen werde ich jetzt erst einmal hier ein bisschen Heißklebe hinter machen, damit die Stäbe aneinander festkleben. Die Heißklebepistole habe ich in der Zwischenzeit aufgeheizt. Und ich gehe jetzt einmal hier hinten entlang. Und mache hier einmal über ein bisschen Heißklebe dran. Kann man auch ein bisschen verteilen noch so, dass das gut zusammengeklebt wird. Und zum Beispiel mit so einem Lineal kann man jetzt hier auch einmal so drüber gehen und das Ganze einmal so glatt streichen. Sieht dann einfach gleich schöner aus. Wenn der Klebstoff dann hier getrocknet ist, dann schneide ich jetzt an meinem Bleistiftstrich entlang. Und ich hoffe, dass es diesmal zusammenhält. Das hält jetzt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und das kommt gleich hier unten rund um mein Bett rum. Ist aber jetzt so noch ein bisschen zu kurz. Ich brauche noch einen Streifen und werde jetzt einfach noch einen Streifen von meiner Matte hier abschneiden. Jetzt habe ich meine zwei Holzstreifen hier. Und die möchte ich jetzt um meine Klopapierrolle drum kleben. Allerdings werde ich dafür nicht ganz normale Heißklebe benutzen, sondern ich habe so blau-glitzernde Heißklebe. Ich denke, das wird immer gefallen. Und ich starte einfach hier an der einen Seite und jetzt kommt erstmal noch durchsichtiger raus, weil das noch nicht nachgerückt ist. Aber ich mache erstmal hier so einen dicken Streifen hin und klebe da den ersten Holzstreifen an. Dann führe ich das hier hinten rum. Das kann ich gleich auch noch direkt hier unten ein bisschen mit ankleben. Und hier oben kommt auch noch ein bisschen Heißklebe dran. Ich drücke das drunter, also so zusammendrücken. Und gleichzeitig drücke ich das hier vorne dran. Dann geht es an der Seite hier wieder weiter. Und das ist immer noch durchsichtiger Heißklebe. Ich hoffe, es kommt gleich endlich mal ein blau-glitzer. Und hier den Rest, den kann ich glaube ich jetzt einfach so nach innen knicken oder einfach kürzen. Und dann kommt noch das andere Stück, was ich gerade auch noch abgeschnitten habe. Aber hier hält es noch nicht ganz gut fest. Das muss ich nochmal ein bisschen andrücken. Also rundherum ist jetzt dieses Holz. Und es ist auch richtig gut angeklebt jetzt alles. Aber es kam bis zum Schluss keine Glitzerklebe. Also Glitzerklebstoff. Aber jetzt mittlerweile kommt was raus. Kann ich euch mal kurz zeigen hier. Jetzt kommt auf jeden Fall blau-glitzer als nächstes. Und ich habe hier schon so einen schönen Stoff rausgesucht. Ich finde, der passt irgendwie ganz gut zu Emma. Und da werde ich jetzt so ein Stück hier oben drauf kleben. Das ist dann die bunte Matratze. Und dann habe ich mir noch was ganz besonders Schönes ausgedacht. Das seht ihr gleich. Bis zum nächsten Mal. Hier sieht man endlich jetzt ein bisschen blau Glitzer, aber ich habe mir überlegt, ich werde einfach hier unten ans Holz noch so ein paar Glitzerpunkte setzen zur Verzierung. So und das ist das, was ich eben meinte, was ich noch nicht verraten wollte. Ich habe so kleine Puschel und die wollte ich hier oben so als Kissen noch dran kleben und vielleicht auch unten dann auch noch, damit sie unten nicht aus dem Bett rausfallen kann. Einfach als kleine Verzierung noch mit am Bett und es sieht einfach richtig gemütlich aus, wenn nicht. Und schon ist Emmas super gemütliches, großes Bett fertig. Ich finde, das sieht so schön aus. Ich würde mich da auch am liebsten direkt reinlegen und Emma passt da auch super gut rein. Und wenn die irgendwie nach unten rutscht oder nach oben rutscht, kann die da auch nicht rausfallen und an den Seiten fällt die, glaube ich, nicht mehr raus. Die hat sich ja schon beschwert, dass da bei ihr so Gitter sind beim Bett und die ist ja schon so groß, da wird nichts passieren. Und außerdem, es ist ja kein Hochbett, zu hoch fällt man da nicht raus und sie könnte sogar so drin schlafen. Also sie hat viele Möglichkeiten mit diesem Bett. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie euch das Bett gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich Willkommen beim Do-To-Self-Inspiration Kids Club. Ich habe ja letztens hier diesen kleinen Schrank selber gemacht für kleine Puppen und heute möchte ich noch ein passendes Bett dazu machen. Dafür habe ich diesmal fünf Streichhörtschachteln. Dann habe ich eine Korkplatte, die kann man aufkleben, also die hat so eine Klebefolie hinten zum Abziehen. Wer sowas nicht hat, kann aber natürlich auch einfach eine normale Pappe benutzen. Dann habe ich, weil das Bett soll diesmal pink werden, so eine pinke Sprühfarbe. Außerdem hier ein Stückchen Filz und eine Serviette als Bettdecke. Und um das Ganze gut zusammenzukleben, habe ich hier eine Heißklebepistole und eine Schere werde ich natürlich auch noch brauchen. Mit der Heißklebepistole klebe ich jetzt jeweils zwei Schachteln übereinander. Wer so eine Heißklebepistole nicht hat, das ist gar nicht schlimm, da kann man auch einfach alles kleben nutzen. Also zwei Schachteln übereinander kleben und dann nochmal zwei Schachteln übereinander kleben. Hier an die eine Seite kommt jetzt noch die andere Schachtel. Dafür mache ich einfach hier an der Seite auch nochmal Heißkleb dran und hier kommt dann einfach diese eine einzelne Schachtel drin. Das kann man sich jetzt einfach schön anmalen, zum Beispiel mit Nagellack oder ich werde es mit der Sprühfarbe machen. Und wenn man das mit so einer Sprühfarbe macht, dann muss man auf jeden Fall mit rausgehen. Deswegen kann ich das hier nicht vor der Kamera jetzt machen. Und auf jeden Fall sollte man sich da etwas drunter legen. Wenn die pinke Farbe gut getrocknet ist, kann es weitergehen. Das Wichtige ist vor allem, dass an den Seiten das Ganze schön aussieht. Hier oben wird jetzt ja noch was draufgeklebt und hier hinten, die Farbe war auch nicht so ganz deckend. Da kann ich natürlich dann auch noch ein Stückchen Kork mit dran kleben. Ich nehme jetzt hier die Streicherzschachteln als Vorlage, die lege ich hier so drauf und dann schneide ich hier einmal entlang. Jetzt lege ich die Streicherzschachtel ein Stückchen weiter und schneide da wieder entlang. Und ein Stückchen weiter. Das Ganze ist jetzt ungefähr 11,5 cm lang und so breit wie eine Streicherzschachtel, also ungefähr 5,5 cm. Und das klebe ich jetzt einfach hier auf. Also ich fange hier an der einen Seite an und klebe das hier auf die Schachtel. Und hier mache ich das so, dass das Ganze dann noch so ein bisschen hoch steht. Dass hier so eine schöne Kante bildet. Für die Rückseite schneide ich auch noch ein Stückchen ab, das genau die richtige Größe hat hier hinten für die Streicherzschachtel und klebe das da auch noch dran. Wenn noch irgendwo ein bisschen was übersteht, dann kann ich da hier einfach nochmal mit meiner Schere dran langschneiden. Hier oben ist noch so eine kleine Lücke übrig geblieben. Da will ich auch noch ein Stückchen einfach drüber kleben und dann das Ganze so ein bisschen zurechtschneiden. So, das sieht ja schon mal ganz schön aus. Aber von hier unten, da klebt das jetzt ja so, weil das so eine Klebefolie war. Da muss ich jetzt einfach nochmal ein Stückchen Papier oder einfach ein anderes Stückchen Quark draufkleben, damit das hier nicht so klebt und dann irgendwann da fusseln oder sonst irgendwas hängen bleibt. Wer möchte, kann natürlich hier an den Schubladen auch noch so kleine Stopfbändchen wieder ankleben. Das habe ich einfach unten mit ein bisschen Washi-Tape angeklebt. Dann können die Puppen auch diese Schubladen hier in dem Bett wieder richtig benutzen. Jetzt schneide ich mir nur noch aus Filz Decken aus und werde dann auch noch aus einer Serviette ein bisschen eine Decke ausschneiden, damit die Puppe unterschiedliche Decken hat. Also eine zum drunterlegen, eine zum drauflegen und dann ist das Bett schon fertig. und dann ist das Bett schon fertig. So, schon ist das Mini-Bettchen fertig. Man kann das natürlich auch etwas größer machen mit ein paar mehr Streicher-Schachteln. Man kann zum Beispiel auch hier in der Mitte auch noch Streicher-Holzschachteln machen. Dann hat die Puppe ganz viele Fächer, wo man Sachen reintun kann. Hier, das kann man ja dann einfach rausschieben und hier kleine Sachen reintun und dann wieder zuschieben. Man kann das natürlich ganz unterschiedlich machen, wie ihr so Lust habt. Das war ein kleiner Vorschlag, wie man so ein Puppenbettchen bauen kann. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet und welches Möbelstück ich als nächstes machen soll. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Sonst schaut doch meine anderen Videos. Schaut doch das Video zum passenden Schrank dazu. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich habe ja schon mal dieses kleine Bett gemacht, aber das ist wirklich sehr klein. Da passt eine Barbie nicht rein. Deswegen gibt es heute in meinem Video eine Idee, wie man ein riesengroßes Barbie-Himmelbett machen kann. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Für das Himmelbett für Barbie braucht ihr eine Heißklebepistole, einen Schuhkarton, zwei Klopapierrollen, zwölf kleine Holzspießchen, ein festes Klebeband, ich habe dafür hier so Duct Tape, leichten Tüllstoff, etwas zum Verzieren, ich habe da Washi-Tape, man kann aber natürlich auch schönes Papier nehmen oder das Ganze noch anmalen und dann habe ich hier noch diesen sogenannten Play-Mais. Ich drehe den Karton so, dass die Öffnung unten ist und hier oben klebe ich jetzt die beiden Klorollen drauf. Dafür benutze ich die Heißklebepistole. Einfach hier oben direkt an die Kante. Jetzt kann es losgehen mit dem Play-Mais, den klebe ich jetzt hier überall drauf, das wird die Matratze, auch bis hier oben drauf und die haben ganz unterschiedliche Farben, die werde ich natürlich in einem schönen Muster anordnen. und das ist ein ganzes Chuchabepier. Soweit bin ich schon gekommen. Ihr erkennt sicher schon, das ist ein B für Barbie. Hier oben geht es jetzt einfach so weiter und auch hier an den Rollen klebe ich einfach immer diesen Playmice auf. Das hat ganz schön lange gedauert, aber jetzt ist das B und auch die Kissenrolle hier oben fertig. Hier an dem einen Rand steht das immer noch so ein bisschen über, weil ich die ja hier immer nach und nach aufgeklebt habe. Und hier sind die so ein bisschen überstehen. Wenn das bei euch auch so ist und wenn euch das stört, dann könnt ihr die einfach mal mit einer Schere abschneiden. Ich werde da auch noch mal ein bisschen dran langschneiden hier. Jetzt steche ich mit meinen Holzstäben hier in die Ecken. Bei meinem Karton geht das ganz einfach. Wenn es bei euch ein bisschen schwer ist, dann könnt ihr das natürlich auch mit irgendwas anderem erst vorstechen, mit einer Nadel oder so. Und werdet ihr jetzt erstmal hier in jede Ecke einen Spieß machen. Ich mache das nicht ganz genau in die Ecke, sondern da, wo es eben genau passt. Außerdem mache ich hier genau in der Mitte noch einen hin. Es wird hier hinten ein bisschen schwierig, deswegen ist der nur vorne. Jetzt steche ich jeweils noch einen mit dazu, also dass immer zwei Stäbe zusammen sind. Damit die auch wirklich gerade stehen, die Stäbe, werde ich die von innen hier mit Ducktape festkleben. Ich klebe die auch nicht direkt unten so fest, sondern etwas höher, damit die auch oben etwas höher rausstehen. Also einfach dann von innen mit Ducktape an die Wand kleben. Hier hinten, da wo die drei Stäbe sind, da mache ich jetzt hier nochmal so zwei Stäbe so dazwischen. Also hier davor, dahinter und davor und dadurch hält das dann auch. Aber ich werde das auch noch ein bisschen mit Washi-Tape ankleben. Jetzt geht es nämlich mit meinem Washi-Tape los. Ich werde jetzt nämlich alle Holzstäbe, also alle Pfeiler vom Bett hier ordentlich umwickeln, damit die auch wirklich schön aussehen. Also, ich werde jetzt natürlich mit Washi-וטen Maschung. Also, ich werde jetzt immer noch ein bisschen mit Washi-Tape auch nachdem. Das ist nämlich mit Washi-Tape. Ich werde jetzt mit dem Washi-Tape jetzt einen Schlüssel-Tuch-Tuch. Ich werde das auch schon mal wiederholen, und ich werde das Handy, dass das Pfeiler, also jetzt zu mir. Ich werde das Gerät, also wenn du es auf Orten mit Washi-Tape. Ich werde das Gerät weg, dann schon mal wiederholen und dass ich nicht. Ich werde das Gerät wieder hoch und natürlich auch noch mehr. Ich werde das Gerät nicht mehrmals machen. Also Stück für Stück alles umwickeln, bis die Stäbe wirklich schön und bunt sind und nicht mehr so aussehen wie so kleine Holzspieße. Das mit dem nachträglichen Umwickeln war nicht ganz einfach. Man kann natürlich auch die beiden Stäbe erst zusammen umwickeln und dann zusammen reinstecken, dann ist es etwas einfacher. Hier unten sieht mein Bett auch immer noch ein bisschen langweilig aus. Da kann man zum Beispiel ein bisschen Stoff hinkleben oder ein schönes Papier hinkleben oder ich werde das auch mit so etwas breiterem Washi-Tape platzieren. Dann bekommt das Bett noch ein Blumenmuster und sieht noch ein bisschen schöner aus. So, jetzt ist das Bett komplett unten eingeklebt mit schönem bunten Blumen-Washi-Tape. Das gefällt mir wirklich sehr gut und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Himmel vom Himmelbett. Der kommt natürlich hier oben dran und dafür habe ich ja hier den Tüllstoff. Da lege ich einfach so Streifen drüber. Und hier oben schneide ich dann so ein kleines Loch rein, so einen kleinen Schlitz. Dadurch kann ich das dann hier auf diese Holzspieße aufspießen. Euer Tüllfleisch überhuizen. So, hier unten habe ich die Türstreifen dann nochmal abgeschnitten, dass sie auch nicht zu lang runterhängen. Und hier hinten, hier vorne ist es ja ganz einfach, da rutschen die ja nicht runter, weil das Ganze hier so nicht runterrutschen kann. Da ist ja noch eine Mittelstange und hier können die runterrutschen. Deswegen habe ich hier einfach nochmal so ein bisschen in kleinen Streifen Washi-Tape drum gemacht, damit da sowas ist, wo es nicht dran runterrutschen kann. So, und schon ist das Bett fertig. Ich finde, das ist wirklich traumhaft. Jetzt kann natürlich auch die Barbie mal zum Probeliegen kommen. Hm, das sieht wirklich gemütlich aus. Da fehlt nur noch eine schöne Decke und vielleicht noch ein zusätzliches Kissen hier unten. Und dann kann Barbie da richtig schön schlafen. Wenn euch dieses Bett gefällt, dann könnt ihr das ganz einfach nachmachen. Wenn ihr so Playmice nicht habt, da könnt ihr auch einfach Verpackungsmaterial nehmen. Manchmal, wenn man ein Paket bekommt, da sind auch so kleine Schaumstoffstreifen drin, die man auch da gut für verwenden kann. Und wenn ihr so Playmice habt und vielleicht gar nicht so ein Bett herstellen wollt, vielleicht möchtet ihr dann auch so, wie ich das hier gemacht habe, so ein Bild damit machen. Also einfach einen Buchstaben aufkleben. Das macht auch wirklich viel Spaß. Man kann es natürlich einfach hier als Untergrund fürs Bett machen oder auch einfach als Wanddeko oder so, wie ihr Lust habt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch ein paar Anregungen geben konnte für ein Bett oder um ein bisschen was mit Playmice zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Möbelstücke fehlen uns noch. Also einfach unten reinschreiben und dann schaut meine anderen Videos, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Doot Yourself Inspiration Kids Club. Ich bin's Kathi und wir basteln heute ein Bett für Elsa. Die arme Elsa hat kein Bett und braucht dringend etwas Gemütliches zum Schlafen. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut und ein paar Materialien zusammengesucht. Ich habe hier eine Schere, ich habe eine Heißklebepistole, weil das einfach ziemlich gut und schnell funktioniert. Aber ihr könnt natürlich auch Bastelkleber benutzen. Und wenn ihr eine Heißklebepistole benutzt, auf jeden Fall mit euren Eltern zusammen. Zum Verzieren habe ich noch ein bisschen Glitzertape und ein bisschen was zum Aufkleben, schönen Stoff. Ich habe ein Stückchen Pappe. Das ist einfach von so einem Pappkarton die Seite. Dann habe ich so eine Papprolle. Das ist das Innere von einer Geschenkpapierrolle. Ein bisschen Schaumstoff, da könnt ihr aber zum Beispiel auch ein bisschen Watte oder so nehmen. Und einen schönen, kuscheligen Stoff. So, wir beginnen mit dieser Rolle hier. Die ist relativ fest und ich glaube mit der Schere wird das ganz schön schwierig, die durchzuschneiden. Da kann man natürlich auch eine Säge zu Hilfe nehmen. Natürlich da auch bitte mit euren Eltern vorher sprechen. Und diese Rolle werde ich jetzt erstmal genau in der Mitte durchsägen. So, zwei gleich lange Rohre. Und die sind ungefähr so 30 cm lang. Ich schaue mal. Passt da unsere Elsa drauf? Ja, ich glaube das passt. Dann brauche ich als nächstes die Pappen oder die Pappe. Und das soll jetzt so das Hinterteil vom Bett werden. Und natürlich auch hier am Fußende. Und das kann man sich jetzt zurechtschneiden, wie man möchte. Ich finde von der Breite passt das schon ungefähr so. Das sind, einmal nachmessen, 15 cm. Und ich glaube so von der Höhe, je nachdem wie man das so haben möchte, kann man sich das jetzt eben so zurechtschneiden. Und man kann das natürlich auch schön dann einfach so rund schneiden, damit das noch ein bisschen mehr aussieht wie ein Bett. Und hier unten schneide ich mir jetzt auch noch was. Und auch einmal hier oben rund. Ja, passen auch ganz gut zusammen. Sind ungefähr beide jetzt gleich. Schneide nochmal ein bisschen hier entlang. Und aus meiner Schaumstoffplatte schneide ich jetzt eine Matratze für Elsa aus. Und da schaue ich mal, das passt sogar auch wieder zufällig von der Länge. Und von der Breite werde ich jetzt einfach mal das hier dran halten. So breit soll das hier dann werden. Und hier schneide ich jetzt einmal entlang. Also ungefähr 15 cm mal 30 cm. Wenn ich jetzt alle Teile beisammen habe, kann es losgehen mit der Heißklebe. Oder eben mit eurem Bastelklebstoff. Und als erstes werde ich hier an der einen Seite von dem Rohr Heißklebstoff auftragen. Da natürlich ganz vorsichtig sein, damit ihr euch nicht verbrennt. So, das wird jetzt hier angeklebt. Und ich lasse ruhig so ein bisschen unten so einen kleinen Rand. Damit das Bett so ein bisschen höher ist. Einmal gut ankleben. Und am besten nochmal gut festhalten. Ich habe es gerade losgelassen, da hat es sich schon gelöst. Also erstmal einmal festhalten, bis es wirklich fest geworden ist. Und wenn das dann fest geworden ist, der Heißkleber, der Klebstoff hier, dann hält das auch gut. Ich glaube, ach, vielleicht, ich mache nochmal ein bisschen was Neues drauf. Ich glaube, dadurch, dass sich das gerade bei mir gelöst hat, hält das nicht so gut. Man kann das natürlich auch hier so auf die Pappe setzen und dann das Rohr da reindrücken. Und einfach kurz warten. Und während das hier trocknet, schaue ich schon mal direkt gegenüber, kommt dann das andere Rohr da hin. So, und da mache ich auch schon mal einfach ein bisschen Heißklebe hin. Und da kommt das Rohr rein. Die eine Seite ist jetzt fest. Und jetzt klebe ich hier an der anderen Seite meine andere Pappe an. Dann habe ich schon mein Bettgestell. Und dafür trage ich einfach wieder hier am Rand Heißkleber auf. Am besten gleich jetzt bei beiden. Und dann klebe ich das jetzt auch wieder auf der gleichen Höhe wie vorhin. Und drücke das Ganze an. Das sieht doch schon mal sehr, sehr cool aus. Und als nächstes kommt die Matratze. Und die klebe ich einfach hier dazwischen. Und ich glaube, die ist noch ein bisschen zu lang. Die werde ich also kurz kürzen. Und also ein Stückchen abschneiden. Und dann kann die hier direkt draufgeklebt werden. Also hier ein bisschen Heißkleber. Hier ein bisschen Heißkleber. Und dann draufsetzen. Jetzt habe ich mir schon mal ein Stückchen Stoff zurechtgeschnitten. Das ist jetzt ungefähr so breit wie das Bett hier. Und das lege ich einmal hier so rüber. Und lang ist es ungefähr doppelt so lang. Ich kann das gerne auch nochmal nachmessen. Ich habe ja mein Genial hier. Also Breite ist ungefähr 30 Zentimeter. Und die Länge 30, ungefähr 50 Zentimeter. So, ich lege das jetzt also hier schön mittig drauf. Jetzt drehe ich einmal das Bett um. Oder lege es erstmal so auf die Seite. Und hier unten klebe ich den Stoff jetzt fest. Dann ist das hier oben schön flauschig. Das ist eine schöne Liegefläche für Elsa. Und hier unten kann ich zum Beispiel hier einfach einmal nochmal wieder Heißkleber auftragen. an meinem Balken hier. Und da klebe ich das schön straff an. Und hier habe ich ja auch noch Stoff. Den kann ich auch einmal so ein bisschen nach innen schlagen. So. Und da wird das Bett jetzt einmal auf den Kopf gedreht. Und das klebe ich hier fest. Einfach, ui, den Stoff da ankleben. Das sieht schon so gemütlich aus. Vielleicht möchte Elsa schon mal Probe liegen. Ja, sehr schön. Sehr kuschelig. Aber hier an den Rändern, das sieht noch ein bisschen langweilig aus. Und dafür habe ich ja hier auch noch Washi-Tape und diesen klebenden Stoff. Und das werde ich hier außen einfach noch alles ein bisschen dekorieren. Und wenig später ist Elsas Bett fertig. Ich habe hier unten so ein schönes Herzchenmuster und noch ein Glitzersteinchen. Und hier so schönes Glitzerklebeband. Hier auf der Seite. Ich nehme Elsa mal einmal runter. Da kleben auch ein paar Sterne und schönen Silberglitzer. Ich habe alles so ein bisschen blau, lila, Silber angeklebt. Weil ich finde, das passt ganz gut zu Elsa. Und von hier hinten, da sind auch ganz viele kleine Sternchen. Ich finde, das Bett ist super schön und super gemütlich geworden. Und vielleicht möchtet ihr so ein Bett nachbasteln. Wenn ja, dann schaut doch einfach mal, ob ihr die Materialien zu Hause habt. Vielleicht habt ihr auch noch Lust, was in die Kommentare zu schreiben. Vielleicht noch die ein oder andere Idee. Zum Beispiel hier der Stoff, der hält noch nicht so gut. Ich glaube, den muss ich noch mal ein bisschen ankleben. Aber vielleicht sagt ihr, vielleicht kann man das Ganze noch mit Stickern bekleben. Oder mit Glitzersteinen. Oder ihr habt andere schöne Ideen. Wenn ja, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Und sonst schaut natürlich gerne auch unsere anderen Videos. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen im Do-To-Self-Inspiration Kids Club. Bei Barbie ist schon so ein bisschen der Sommer ausgebrochen. Ich glaube, die wünscht sich den Sommer ganz schnell herbei. Und die möchte eine Hängematte haben. Da habe ich eine ganz schöne Idee, wie man ganz schnell eine Hängematte für Barbie basteln kann. Dafür habe ich so ein Platzset. Das sind diese Platzsets, die man so einrollen kann. Die aus ganz vielen kleinen Holzstäben bestehen. Und ich habe hier ein Schleifenband. Und dann ist die Hängematte auch schon fast fertig. Ich schneide mir zwei Schleifenbänder ab. Je nachdem, wo ihr hinterher die Hängematte festknoten möchtet. Etwas länger oder etwas kürzer. Man kann die zum Beispiel zwischen zwei Stühlen dann festbinden. Oder vom Tischbein zum Stuhlbein. Oder von der Fensterbank. Also vom Fensterriegel bis zum Stuhl. Also da müsst ihr einfach mal schauen, wie man das so bei euch machen kann. Ich ziehe auf jeden Fall das Schleifenband einfach hier vorne. Am besten nicht direkt durch den ersten Schlitz, sondern so durch den zweiten Schlitz. Und das genau mittig. So. Das kann ich jetzt schon irgendwo festknoten. Und an der anderen Seite befestige ich auch das Schleifenband. Genau gegenüber. Wieder hier dazwischen herschieben. Ich glaube, man kann sich das schon schön vorstellen, wie das gleich als Hängematte aussieht. Ich habe die jetzt hier zwischen zwei Stühlen festgeknotet. Und da hat Barbie sich auch schon richtig gemütlich gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen einen Teppich drunter gelegt, damit sie weich fällt, falls sie aus der Hängematte rausfällt. Also da kann man wirklich sehr, sehr schön mitspielen. Da passt auch nicht nur eine Barbie rein, sondern da können auch Barbie und Ken zusammen drin liegen. Oder Barbie mit ihren Freundinnen. Oder wenn sie möchte, kann sie auch sogar so liegen. Da hat sie noch mehr Platz. Aber ich glaube, so passt Barbie auch super gut von der Länge da rein. Und es sieht richtig gemütlich aus. Also ich würde sofort mit ihr tauschen. Ich liebe nämlich Hängematten. Habt ihr schon mal in einer Hängematte gelegen? Wenn ja, könnt ihr das hier gerne unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht möchtet ihr auch so eine Hängematte für eure Barbie-Puppe oder eure Monster-High- oder Ever-After-High-Puppe nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut uns auch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen im Do-Yourself-Inspiration Kids Club. Das ist Anna, eine Playmobil-Figur. Und die braucht dringend ein neues Bett. Und da habe ich mir überlegt, ich werde heute aus Form-Clay und aus Silk-Clay ein Bett für sie bauen. Vielleicht möchtet ihr so eins nachbasteln für eure Playmobil-Figuren. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und jetzt geht es auch schon los. Ich habe mir jetzt erstens mal eine pinke Portion Silk-Clay genommen. Und das knete ich erst ein bisschen durch. Am besten zu einer Kugel danach formen. Und die Kugel dann ein bisschen so zwischen den Händen rollen. Bis sie ungefähr so die Höhe von Anna bekommt. Und jetzt drücke ich das Ganze gut platt. Das ist natürlich jetzt noch so ein bisschen in Eierform. Damit es ein wirklich schönes Bett werden kann, muss das natürlich ein bisschen eckiger werden. Deswegen versuche ich jetzt da so ein bisschen so Ecken rein zu formen. Dass es dann wirklich hinterher viereckig ist. Ja, da könnte Anna sehr gut drauf liegen. Jetzt nehme ich mir mal Lila. Und die Lila-Knete habe ich jetzt in zwei Portionen geteilt. Die sind, ja, die eine ist etwas größer, die andere etwas kleiner. Gut kneten wieder. Ich forme das Ganze wieder zu einer Kugel. Und jetzt schaue ich mal, das sollte jetzt so breit werden, ungefähr wie meine Matratze. Unten feststehen, damit es nicht umfällt. Und oben kann man sich das Ganze dann formen, wie man möchte. Zum Beispiel so als Kreis, als Halbkreis. Oder man kann das Ganze auch so ein bisschen spitz nach oben formen. Zum Beispiel dann hier oben noch drehen. Oder mehrere Spitzen eindrehen. Je nachdem, wie eben das Bett so aussehen soll. Hauptsache hier steht es erstmal relativ fest. Und hiermit mache ich jetzt das Gleiche. Das ist das Fußende. Und das muss ja nicht so hoch sein, sondern das ist ja meistens etwas niedriger. So, von der Breite aber ungefähr wieder so. Du musst einen festen Stand wieder haben. Also gut einmal dran drücken an den Boden. Und oben dann so ein bisschen formen. So, jetzt haben wir also ein Kopfteil, eine Matratze und ein Rückteil. Aber ich glaube, die Matratze wird nicht so gut dazwischen halten. Wir brauchen noch eine Stütze. Dafür nehme ich mir jetzt einfach wieder Lila. Eine kleine Portion Lila. Wie immer forme ich mir erstmal eine Kugel. Und aus der Kugel forme ich mir so einen kleinen Balken. Jetzt setze ich das Bett oder die Matratze hier einmal so dran. Drücke das dann so ein bisschen an, dieses Hinterteil. Dann hier dran. Ich drehe das einmal auf die Seite und der Balken kommt einmal hier drunter. Wieder absetzen. Und das ist erstmal das Grundgerüst von meinem Bett. Natürlich kommen jetzt noch überall ein paar schöne Verzierungen hin. Und wer möchte, dass man hier unten den Balken nicht sieht, kann das Ganze natürlich an den Seiten auch noch verkleiden. Und dann bitte wieder neu. wenig später ist das super schöne und gemütliche bett von anna fertig das kann man natürlich ganz unterschiedlich gestalten dieses bett sieht zum beispiel so aus aber man kann natürlich ganz andere farben nehmen oder hier oben das anders machen einfach viel höher oder nur so ganz klein hier so eine kleine rundung hier habe ich noch ein paar kleine kügelchen drangesetzt um das zu verzieren hier ein herzchen hier an den seiten zu streifen also ganz unterschiedlich kann man das machen und das fühlt sich auch ganz gemütlich und weich an das könnte ich mir wohl auch vorstellen wenn es ein riesengroßes bett geben würde aus form clay und silk clay dass ich mich da reinlegen würde anna scheint es auf jeden fall zu gefallen wenn es euch auch gefällt einfach einen daumen nach oben da lassen vielleicht habt ihr noch weitere ideen was ich so aus silk clay in form clay formen soll vielleicht noch ein tisch oder stühle für playmobil figuren oder vielleicht sonst irgendwas cooles vielleicht fällt euch was gutes ein alles in die kommentare schreiben sonst schreibt man wie findet ihr das bett soll ich vielleicht noch für erwachsenen bett bauen und so weiter einfach in die kommentare ja sonst schaut gerne unsere anderen videos abonniert unseren kanal falls sie noch nicht abonniert habt und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss hallo ihr lieben herzlich willkommen im do to self inspiration kids club ich habe hier heute hannah vogel und ihr kinderzimmer das bett und den schrank und die ist ein bisschen unzufrieden mit ihrem zimmer die möchte dass das ein bisschen interessanter aussieht und cooler aussieht und deswegen werde ich das heute umgestalten bin mal gespannt wie hannah das hinterher gefällt ich weiß ja so was sie gerne mag sie mag gerne pferde und rosa mag sie gerne ein bisschen glitzer vielleicht und ich werde das ganze richtig schön umgestalten deswegen hannah du musst jetzt mal an die seite gehen du kannst später wieder kommen und dir das ergebnis anschauen und mach schön die augen zu denn jetzt geht's los zum umgestalten habe ich einmal washi tape und da habe ich extra so rosa und mit ein bisschen grün genommen ich bin das passt dann ganz gut hier zu dem bett dazu dann habe ich verschiedene glitzersteine einmal hier so grüne und silberne die werde ich verwenden und hier ist noch eine ganz kleine glitzersteine reihe in silber außerdem habe ich sticker zum beispiel hier diese buchstaben ich wollte ein haar für hannah an den schrank kleben und ich weiß ja dass hannah gerne pferde mag da habe ich diese süße hier rausgesucht es ist so ein bisschen ein außergewöhnliches pferd mit pinken schleife schweif und pinken mähne aber ich glaube das wird ihr ganz gut gefallen ja und jetzt kann es dann richtig losgehen ich glaube ich fange mal mit dem schrank an und da werde ich die türen einfach erstmal rausnehmen das kann man ja ganz einfach die habe ich ja damals beim aufbau auch hier einfach so reingeklickt und die kann man auch einfach so wieder rausnehmen ich denke weil das sieht schon ganz gut aus das ist hier einfarbig pink und hier die türen die sehen eher aus wie für ein kleinkind und hannah die ist ja schon ein großes schulkind und deswegen werde ich das jetzt ein bisschen anders bekleben und ich habe mich für dieses blumenmuster hier entschieden ein Ich habe das Gefühl, dass der Sticker vielleicht nicht so gut hält. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einfach noch mal Tesafilm drüber kleben. Dann ist das auf jeden Fall ein bisschen geschützt. Und wenn wir damit viele Storys machen, dann wird das auch nicht beschädigt. Also deswegen einfach einmal hier einen Streifen Tesa drüber. Auf die andere Schranktür kommt jetzt noch hier das H, damit auch jeder weiß, wem dieser Schrank gehört. Der Hanna. Und ich finde, das sieht schon super aus. Die werde ich jetzt mal wieder hier einsetzen. Und ich glaube, so ein paar kleine Glitzersteine, die gehören auch noch dazu. Sieht ein bisschen schief aus. Aber ich werde die noch ein bisschen zurecht drücken. Der Schrank ist auf jeden Fall schon mal so super schön, finde ich. Und jetzt kommt das Bett. Das Bett finde ich eigentlich schon ganz schön. Also das ist hier vorne auch so ein Blumenmuster. Und das passt auch farblich total gut dazu. Aber die Matratze, die gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen habe ich hier ganz schön weichen Stoff, so Plüßstoff und Bastelkleber. Und ich werde jetzt einfach hier in der passenden Größe so ein Stückchen Stoff ausschneiden und das dann mit Klebstoff da drauf kleben. Dafür lege ich einfach die Matratze von hinten auf den Stoff und dann kann ich die einmal ummalen, mit einem Bleistift zum Beispiel. Der Stoff, der verrutscht ganz schnell, weil er eben ganz, ganz weich ist, deswegen gut festhalten und dann entlang der Linien einmal ausschneiden. Hier jetzt einmal Bastelkleber drauf. Das sieht doch gleich viel gemütlicher aus. Außerdem habe ich ja hier diese grünen kleinen Glitzersteine. Die finde ich passen ganz gut hier zu den Seiten und hier oben sind ja so Löcher. Die werde ich erstmal damit überkleben. Und hier an die Seiten kommen auch noch ein paar Glitzersteine. Die Glitzersteine sind ja eigentlich selbstklebend. Dieser klebt jetzt irgendwie gerade nicht so gut. Aber eigentlich kann man damit super schön was dekorieren und die kann man auch problemlos wieder abknibbeln, wenn man die doch nicht haben möchte. Ich denke, so kann sich Hannas Zimmer sehen lassen. Hier oben auf dem Schrank habe ich gesehen, sind ja auch so Löcher. Vielleicht klebe ich die auch noch mit Glitzersteinen zu. Dann passt das auch schön dazu. Und vielleicht hier dann auch noch so unten jeweils einen grünen Glitzerstein, damit das dann schön zusammenpasst. Also mir gefällt das Zimmer super gut. Wenn ich Hanna wäre, da würde ich wohl auch einziehen. Ich bin gespannt, wie Hanna reagieren wird. Das schauen wir jetzt mal. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Wenn es euch gut gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht so gut gefällt, gerne auch einen Daumen nach unten. Und sonst auch einfach in die Kommentare schreiben, was haltet ihr davon. Und Hanna kann ja auch ab und zu mal ihr Zimmer umgestalten. Vielleicht habt ihr noch neue Ideen oder vielleicht auch für Emma oder für Julian. Gerne in die Kommentare. Und jetzt schauen wir mal, was die liebe Hanna dazu sagt. Wow, der Schrank sieht ja toll aus. Der ist ja kaum wieder zu erkennen. Ein echter Pferdeschrank für Pferdefans. Und ein riesengroßes Haar für Hanna. Hanna Vogel. Dann weiß jeder jetzt auch, wem der Schrank gehört. Nicht, dass Julian sich darin wieder versteckt oder Emma einfach an meine Klamotten geht. Dieser Schrank gehört Hanna. Wow, und mein Bett sieht ja auch anders aus. Wow, ist das weich. Und Glitzersteine. Echte Edelsteine. Das sieht toll aus. Ich bin echt zufrieden. Wenn die liebe Hanna zufrieden ist, das ist doch toll. Ich finde auch, das sieht echt schön aus. Also gefällt mir richtig gut. Wie gefällt euch das? Also wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Schreibt uns Kommentare. Und wenn ihr auch noch nicht auf die Glocke geklickt habt, neben dem Abonnieren-Button, dann klickt da mal noch drauf, damit ihr auch kein Video mehr von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.